Bevor nun Dieter Hildebrandt seine Medienkarriere beschreibt, unterhalten sich die beiden über biografische Literatur. Sagen Sie, was meinen Sie, warum haben die autobiografischen Werke so einen besonders hohen Absatz? Die Verlage haben offenbar einen Trendhexer. Sie sind der Assistant Trendmanager Ihres Verlages. Wie erklären Sie sich die wundersame Vermehrung der autobiografischen Literatur? Durch die Tatsache, dass das Fernsehen in seinen PR-Sendungen für Prominente die erotischen Details, also wer wann wo welchen Finger in welchem Popo hatte, naturgemäß aussparen muss, in diese Marktlücke zu stoßen, war unser großer Trick. Sie meinen, also in Büchern könnte man alles sagen? Mit Maß und Ziel müssen die Balance halten zwischen Strich und Salon. Demnach ist also ein Verleger, wäre ein Verleger ein erstrangiger Zuhälter. Wie meinen Sie das? Naja, ein Zuhälter schickt seine Klientin auf den Strich, verlangt aber, dass er sich benimmt wie eine Dame. Sollte der Aphorismentrend wiederkommen, werden wir an Sie denken. Machen Ihnen diese vielen hautnahen Talkshows keine Konkurrenz? Nein, wenngleich der Erfolg der Talkshows mit jenen der Biografien etwas zu tun hat. Ah ja, ich weiß, was Sie meinen, wir leben in Zeit der permanenten Selbstdarstellung, der psychischen Rampengeilheit. Wenn Sie sich so ausdrücken wollen, nur, dass die geschriebene Biografie zum Unterschied von der körperlichen Talkshow es den Leuten ermöglicht, vor Millionen zu bumsen. Ich nenne das immer den Pranger-Orgasmus. Ja, sehen Sie, das Rückverwandeln von Tagebüchern in Literatur war unser großer Einfall. Denn vor unserer Zeit waren ja verlorengegangene Tagebücher mit all ihren Peinlichkeiten und überschätzten Intimerlebnissen eher Anlass für Selbstmord. Heutzutage führen Sie geradewegs... In die Bestsellerlisten. Ja! Sagen Sie, ist es wahr, dass Prominente in Ihrem Auftrag bereits Ihr Leben aufschreiben, bevor Sie es erlebt haben? Sie müssen es wissen, Sie sollen es lesen, so kühl ist das Blond einer Brühl. Die Selbstanalysen normannischer Riesen machen den Streptease zum Stil. Und Ghostfreiter schreiben, mit wem's die Wipps treiben, wie Köhnlechner Stichproben macht. Es wuchern Psychosen, es fallen die Hosen, es rieselt der Kalk durch die Nacht. Bücher, die den Tag vergolden sind von Schulz und Molden und zählen sich gut. Bücher, die was Tiefes säen, sind von Propiläen und Zeugen von Mut. Herr Speer beweist sein großes Missverständnis. Das rührt die Totenopfer sicher sehr. Den Leser freut sein trutziges Erkenntnis zum Menschlichen im Führer. Frau und Spiegel. Beim Lesen kriegt man Bustelchen und Bickel. Der Brüller frisst dem Lauder aus der Hand. Und tief im Hintern lauder schreibt der Zwickel. Bücher, die sich gut verkaufen und den Handel laufen als Literatur. Bücher, die der Nachwelt bleiben, später mal beschreiben den Stand der Kultur. Sie müssen es wissen, sie sollen es lesen, wie sich die Röck publiziert. Ich bin durcheinander, mir fehlt Alexander, hat den er noch nicht memoriert. Sie sind nicht im Bilde, das schreibt doch die Hilde. Kann sein, dass sie ihm was diktiert. Sind Meister des Sportes, nicht mächtig des Wortes? Dann wird halt ein Ghost amassiert. Bücher, sogenannte Knüller, sind von Langenmüller, von Drömer und Desch. Bücher, deutscher Großverlage, krönen unsere Tage mit reinem Gewäsch. Das sind alles keine Geschichten aus der Praline, wo sie hingehören. Auch nicht aus den Klatschkulis der Gesellschaftsberichterstattung, wo sie herkommen. Und schon gar nicht aus dem remittenten Müll, das Falschenei, wo sie schleunigst wieder hin sollten. Nein, das sind alles ausschließlich nur Bücher, die sich gut verkaufen und im Handel laufen als Literatur. Bücher, die der Nachwelt bleiben, später mal beschreiben den Stand der Kultur. Beruf joh-di-Lichtge, die der Nachwelt قال den Brother economist Zirke, multimstern, rund um cornstern abin early linked in Miller. Also ich mag es mit noch nicht aus dem показ Mirelenunion, dass sie im Grundhandel nicht kommen Stocktag an oder vorher schon beim schwarzen betroungext. Vielen Dank.